Das hier ist Martin Horneber. Martin Horneber ist 54 Jahre alt und ein echter Tausendsasser. Gelernter Landwirt, Unternehmensberater und erst kürzlich hat er mit seiner Frau Jutta die alte Scheune seiner Kernmühle zur Eventscheune umgebaut. In traumhafter Kulisse kann man dort jetzt mit der Familie Feste feiern oder Firmenveranstaltungen abhalten. Man kann großartige Essen genießen, auf Eseln reiten oder einfach nur am Lagerfeuer sitzen, die schöne Aussicht genießen und an gar nichts mehr denken. Ach, was für Glückspilze diese Hornebers. Und wenn es stimmt, was man hört, dann läuft es mit der Eventscheune bereits richtig gut. Bald kriegt man hier sicher keine freien... Ach du meine Güte, was macht er denn jetzt? Er zieht sein Hemd aus. Mein lieber Scholli. Moment, eben wird mir ein Zettel zugesteckt, auf dem steht... Ah, folgende wichtige Information. Der gut gebaute Bursche, den wir hier im Bild sehen, ist gar nicht Martin Horneber. Herr Horneber sagt, er möchte erst dann wieder selbst in seinen Videos auftreten, wenn er seinen Sixpack in Form gebracht hat. Ja, schade, kann man da nur sagen. Aber so sind sie eben, die Leute von der Kernmühle. Perfekt ist ihnen nie gut genug. Andererseits müssen wir dankbar sein, dass wir auf diese Weise das hier erleben durften. Mann, diese Oberarme hätte ich auch gerne. Respekt. Schade, schade, schade! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020